menschen in münchen wird ihnen präsentiert von der le jeune akademie münchen menschen in münchen mit jörg van hofen ja ein theater auftritt wie sich das gehört ich begrüße sie liebe zuschauer zu menschen in münchen heute aus feldmoching begrüße ganz herzlich georg hölzel als spielleiter des volkstheaters hier in feldmoching und jetzt können wir hier gleich mal die uns dieses plakat angucken das ist ihr letztes stück was sie aufgeführt haben ich habe die leute noch nicht gezählt aber wie viel wie viele schauspieler haben sie da wir haben 28 bei dem stück gehabt 28 schauspieler und alles schauspieler die mehr oder weniger laien sind in dem theater alles laien einen einen profi habe ich ausgelegen gehabt für die stück aber ansonsten sind es lauter amateurschauspieler das heißt also geld verdienen die nicht unbedingt nein nein nur ganz kleine spesen die sind nicht nennenswert okay also wo befinden wir uns hier eigentlich das ist jetzt unser bühnen einstellraum hier haben wir unser möbelar unsere kostüme in den schränken hinten unsere leinwände unsere bühnenteile wobei das noch nicht alles ist wir haben noch einen zweiten einstellraum der ist in der mehrzweckhalle an der georg zecherle auf dieser bühne proben wir in der georg zecherle und als nebenraum da haben wir auch noch viele dinge eingelagert herr hölzl jetzt machen sie das ja nicht erst seit gestern sondern man kann sagen seit mehreren jahrzehnten seit 50 jahren bin ich spielleiter also das für mohinger volkstheater gibt es seit 1960 wobei es bis 1974 theaterfreien nordstern hieß und als ich dann spielleiter wurde 1967 habe ich darauf gedrängt dass wir den namen ändern denn es soll aussagen was macht man und wo macht man was und deshalb für mohinger volkstheater seit 1974 aber seit 1960 gibt es diese bühne und immer sozusagen als als hobby nebenher immer als hobby nebenher im früher und im herbst mit einer neuen inszenierung aufgewartet lassen sie uns mal ungefähr erahnen wie viel zeit sie so wöchentlich für ihr theater aufbringen ja wenn ich jetzt jetzt bin ich vorsitzender spielleiter und mische auch mit bei kostümen bühnenausstattung und so weiter also zurzeit muss ich sagen es ist fast ein halb tagesjob halb tages ich bin jetzt in rente und ich frage mich halt manchmal wie es früher gemacht habe als ich noch im büro fahrg ja was hat ihre frau dazu gesagt wenn sie ihr halbes leben sozusagen dem theater widmen ja meine frau macht damit sie ist geschäftsführerin also ich mache mit ihr zusammen die geschäftsführung auch und sie macht damit sie macht den kartenverkauf sie ist an der abendkasse ist integriert voll und das gefällt ihr auch jetzt haben sie ja hier wenn wir da noch mal kurz gucken können noch noch drei weitere stücke als plakate aufgehängt führen sie uns doch mal durch wieso ihr spielplan aussieht was sind denn so die stücke die man bei ihnen im volkstheater ja erwarten kann es ist nicht einfacher geworden weil die jungen spieler der nachwuchs lässt zu wünschen übrig die jungen leute haben alle mehr ausbildung haben weniger zeit und hier in vermochen ist es so viele sind dann schon früh im trachtenverein oder bei einem anderen verein so dass man es dann wenn es 18 wären wenn wir es brauchen nicht mehr abkennig sind und dann beginnt die ausbildung es ist auch so dass wir jetzt nicht mehr fragen können kosten bayerisch wir haben auch hier zwei spieler drauf die kommen aus sachsen die sind seit fünf jahren jetzt bei uns sind integriert und die kriegen halt dann rollen die schriftdeutsch sind die berlinerisch sind oder sowas aber das war so ein stück wo die spielbereitschaft auch ein bisschen schwach war wo ich gesagt habe ich brauche die unbedingt und ich muss jetzt ein stück finden wo eben schriftdeutsche rollen drin sind wo nicht alles bayerisch ist aber es war ursprünglich immer alles bayerisch also ursprünglich immer alles bayerisch ja gut wir haben schon immer mal im preis einen sommergast gehabt und so weiter den hat aber dann ein bayerisch sprechender gespielt da hat es auch ein paar geben die das sehr gut kennen haben aber normalerweise ist das jetzt gemischt und das muss man auch froh sein wenn welche kann man denn nicht bayerisch beherrschen das ist interessant weil weil ich meine in münchen sind halt immer mehr zugereiste die von irgendwo kommen und eben nicht aus bayern sind und dann natürlich auch das bayerische nicht so beherrschen wie gewinnen sie denn also jetzt hier haben sie ja in diesem stück im pfarrhaus ist der da wie los ist das da haben sie jetzt da sieht man ja das sind also zwei an die sind mehrere junge schauspieler ja also das ist einer der hat schon mal eine kleine oder kleine rolle gespielt bei uns ist so besser eine kleine rolle gespielt bei uns und ist ein bekannter von ihm das waren dann war dann gut für die beiden ministranten wie ziehen sie denn solche jungen schauspieler an also was wie locken sie die an damit sie bei ihnen mitmachen ja es sind schon ab und zu ist schon der eine oder andere dabei der sagt das gefällt mir da möchte ich mitmachen aber jetzt muss man natürlich die behutsam aufbauen ja ich kann nicht am anfang riesen rolle geben sondern muss zuerst einmal schauen mit der mini rolle wie es sich gibt wie es nervlich verträgt und so weiter ja und dann kann man halt daran aufbauen ja ja haben sie schon mal einen schauspieler gehabt kommt jetzt gucken wir uns das sind jetzt alles spieler die haben bei mir angefangen die sind bei mir das erste mal auf der bühne gestanden wäre jetzt meine nächste frage gewesen hat sich auch schon mal einer aus ihrem ensemble sozusagen weiterentwickelt und ist weiß ich nicht national auch aufgetreten nein eigentlich nicht das ist alles eigentlich nicht sie sind alle alle meistens da geblieben alle in der region okay ich glaube am besten ist es wenn sie sich hierhin stellen dann kann er mit der kamera so an und so ja und jetzt müssen sie einfach mal sagen das war das stück die wahl lumpen von peter lansdorfer es gab ja die lansdorfer bühne das heißt die gibt es noch bloß müssen sie zurzeit nicht wo sie auftreten weil sie ihre heimat irgendwie verloren haben die wahl lumpen ja wie suchen sie denn die stücke aus was wie gehen sie da vor ich muss immer vorher abfragen wie sieht es aus mit der spielbereitschaft weil es gibt immer den ein oder anderen der sagt ich habe eine zeit ich habe aus diesem gründen oder jenen gründen eine zeit und jetzt habe ich meine spielbereitschaft und jetzt muss ich aufgrund dessen die spiel bereits nicht ein stück finden ja man muss wissen natürlich dem kann ich eine hauptrolle geben den kann ich eine mini rolle geben den kann ich eine mittlere rolle geben und entsprechend muss ich dann ein stück finden wo das passt da habe ich zwei drin die sprecher nicht bayerisch oder auch drei dann was mache ich jetzt und das ist dann ein ringen nach einem stück das ist nicht einfach haben sie denn wenigstens eine so flöße da wir haben eine so flöße ja also wenn denn denn wenn das alles ja sozusagen junge schauspieler sind und die hat sich nicht mehr text sicher sind dann brauchen wir ja die haben wir ja ja die 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 viele das ist unser flöhe kasten aha der wird rund dem augustinum dann vor der bühne aufgestellt ah ja ok ihr theater müssen wir uns natürlich auch noch mal unbedingt gleich angucken hier marschieren sie wahrscheinlich mit oder es gibt den feldmochinger rostag da sind wir mit dabei wir haben die erneuerte dachauertracht uns 1980 angeschafft und in dieser erneuerten dachauertracht schmücken uns selbst einen wagen und fahren beim feldmochinger rostag mit und das ist das dafür das fand am wagen reingesteckt wird da weiß jeder das ist die theatergruppe genau was haben sie denn hier so als als wichtigste requisite wo sie sagen also das brauche ich jedes mal und ja es gibt gewisse schienen wo man unsere unsere kulissen befestigen denn wir haben keinen spaltboden 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 heißt man darf auf einem bretterboden nageln wir haben einen schönen parkettboden den darf man nicht beschädigen dann sind da wieder andere veranstaltungen nach einmal eine tanzveranstaltung oder was also müssen wir jetzt einen rahmen schaffen wo das freistehend eben da ist und das braucht man zum beispiel immer ach so den müssen sie immer aufbauen mit den mit den schauspielern ist es ja so natürlich die müssen auf der einen seite müssen die zeit haben ja aber sie müssen auch natürlich in die rolle passen die sie ihnen dann geben wollen das ist im sache der stückauswahl dass ich eben ein stück findet wo die einzelnen reinpassen also da geht es ja da geht es ja nicht nur darum dass die zeit haben sondern auch dass die ich sage mal körperlich in die rolle reinpassen das ist immer schwierig im frühjahr und im herbst proben wir immer so wie es im herbst wieder war da waren sehr viele erkältet und wenn jetzt 28 mann mich spielen da war es eigentlich so dass bei jeder pro wie einer gekommen ist der gesagt ich bin angeschlagen ich kann nicht laut heute und so weiter der spielleiter warst ich kann heute nicht so laut sprechen das ist halt ganz normal und wir proben in der woche drei mal montag mittwoch und freitag also ich mache das kürzer sechs wochen dann in der woche dreimal andere proben ein halbes jahr in der woche einmal das heute nicht für sinnvoll weil sich das verflüchtigt wieder irgendwie und naja da muss man mit zeit haben und dass sie alle freiwillig kommen ist natürlich auch die können sie nicht sozusagen damit ich sage mal auch ein bisschen druck machen dann sagen dann gibt es weniger geld oder wirst du dann also die kommen schon freiwillig weil jeder seine probe braucht er ist ja angewiesen auf die probe dass er besser wird und das muss ja von probe zu probe entwickeln und wenn einer fällt dann ist das schon mal schlecht auch für die übrigen weil ja die einsätze da nicht vorhanden sind dann muss die so flös mitlesen es kommt vor dass jemand krank ist dann ist die so flös diesen text mit damit die anderen an anschluss haben aber normalerweise kommen die schon alle das ist also disziplin gehört dazu sonst geht es nicht und wie finanzieren sie sich dann eigentlich selbst durch unseren eintritt durch den eintritt was kostet eintritt wir haben bis bis vor kurzem zwölf euro gehabt und jetzt sind 14 euro ab der saison haben wir größere stück gehabt mit mehr ausgaben zusammen 14 euro wie viel vorstellung machen sie 66 im frühjahr und 6 im herbst in den 70er und 80er jahren waren es zwölf ja aber die zeiten die die boom zeiten des volkstheaters die sind vorbei das ist gab mal so eine boom zeit die die auch auch wo im fernsehen laufen volkstheater und so vorgeführt werden zwar 90er jahre oder was würden sie sagen 80er jahre 90er auch noch ja ja wo steiner bühne hin ständig kam ja genau der steiner ist ja gestorben wie machen sie werbung für für sich wir machen werbung mit diesen bannern hier die sie da sehen ja da haben wir ungefähr 25 stück die münner norden verteilen wir dürfen an den öffentlichen plätzen also telefon masten und so weiter keine werbung mehr machen das wurde uns gesagt früher haben wir mit einzelplakaten das gemacht dürfen wir nicht mehr wir müssen jetzt anfragen bei privatleuten dürfen wir das plakat aufmachen somit macht man werbung und natürlich auch im nord anzeiger mit einer anzeige oder bei uns im lokal anzeiger mit einer anzeige das ist unsere werbung und wer stellt die auf ja die plakate die mache ich selber auf und die plakate in den geschäften die macht meine frau und dann haben wir aber auch noch handzetteln in diesen großen wohnblöcken am hasenbergl oder lärchener aussee da haben wir das sondern mitglieder eingeteilt die dann noch handzettel verteilen also das ist und ich meine sie machen jetzt volkstheater haben sich in diesen vielen jahrzehnten auch mal überlegt ich sag mal so ein shakespeare zu spielen oder oder sowas nach habe ich noch nicht gemacht und auch nicht groß überlegt weil ich meine spieler kenne und ich glaube ich wird es da ein bisschen überfordern also das hängt natürlich mit den schauspielern auch zu sagen aber hätten sie mal lust auch sozusagen aus dem jahr also boulevard zum beispiel es gibt ja ja wir haben schon also boulevard ähnliche stücke gespielt so ist es nicht das haben wir schon gemacht ja wir haben nicht nur bauerntheater und volkstheater sondern wir haben schon solche stücke auch gehabt das macht ja im bayerischen hof die komödie auch sehr intensiv die haben natürlich immer den vorteil dass sie dass sie ein bekanntes gesicht plakatieren können und dass dadurch eben die leute auch angezogen werden was ist so ihr größtes magnet um leute ins theater zu holen ja ich muss sagen zur zeit ist es schon wieder das volkstimmliche das bodenständige das die leute wieder besser schätzen jetzt es gab eine flache zeit wo das nicht mehr so geschätzt war aber jetzt ist wieder ein neuer boom da spüre ich direkt und auch bei dem stück jetzt geisterbräu das ist ein stück das schon in den 20er jahren geschrieben worden ist von josef maria lutz und habe das mal gemerkt die texte haben viele gesagt die sind so gut die sind also richtig echt borisch noch also es ist glaube ich wieder neue boom da ok wie machen sie es mit der musik haben sie sicherlich auch werden das mal haben wir musik braucht denn das waren sechs bühnen bilder sechs verschiedene aufzüge und wir hatten da umbauzeiten die halt ein bisschen länger waren wir hatten im dritten bild einen speicher aufbauen wirklich einen echten speicher gebaut haben mit balken thema aufbauen mussten in der grundbühne drin und das haben wir dann doch relativ kurz geschafft aber für die umbauzeiten haben wir dann eine abordnung dafür machen ein blaskapelle engagiert das war recht toll das sind ganze natürlich von der stimmung her wird das noch gehoben stellen wir jetzt vor georg kölzl seit 50 jahren machen sie dieses theater es könnte ja mal der zeitpunkt kommen wo sie vielleicht eine ablösung brauchen inwieweit ist denken sie darüber nach oder ich oder oder fällt das alles mit ihnen dann sozusagen zusammen ich habe schon darüber nachgedacht und ich bin auch dran und ich wollte auch schon irgendwie kürzer treten aber es ist mir noch nicht gelungen ich bräuchte als erstes einen neuen vorstandsvorsitzender ich bin auch vorstandsvorsitzender der mitgliederverwaltung und den vereinen insgesamt vertritt aber es hat sich noch niemand gefunden und wir werden jetzt warten müssen wir bis man von den jungen jemand aufbauen können die älteren die sagen nein das tun wir nicht mehr auf sehen sie denn da jemand bei den jüngeren der da eventuell in frage käme ja sicherlich man muss dann irgendwann jemand das vertrauen schenken das weitergeht ganz einfach und dann muss man schauen wie es geht es muss halt mal einer eine inszenierung selber machen das außerdem noch jemand die spielleitung ist noch unabhängig vom vorstand wir haben jetzt ist so dass ich vorstand und spielleiter bin aber normalerweise kann man das trennen und sollte man auch trennen dann geht es auch leichter eigentlich müsste es doch georg-hölzl-theater heißt ja ja wir kommen ja aus der pfarrjugend wir haben früher einige jahre schon bei der pfarrjugend spielt und dann wenn wir so 20 waren sind dann haben wir gesagt bei der pfarrjugend hört sich das auf und daraus haben wir dann den verein gegründet waren acht gründungsmenglieder damals aber heute bin ich der einzige der noch dabei ist da haben sie auch die 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 kleidung ich meine das müssen sie ja auch die haben wir in diesen schränken drin das was da hängt das hat nicht mehr platz gehabt aber ich meine da müssen sie auch bei jeder inszenierung neu überlegen habe ich die richtige größe für den richtigen schauspieler ja da gibt es einen kostümplan der wird erstellt ja mit der kostümhilfe wo die maße alle drinstehen und so wie jetzt bei dem stück der geisterbräu da musste ich einiges ausleihen da waren wir zum beispiel beim kostümbräu in der hohenzollernstraße wenn sie gehört haben haben wir einiges ausgeliehen und ein paar gute kleidungsstücke haben wir auch schneidern lassen und und wer kennen sie mit den kostümen aus und den größen sind auch wieder sie ja da habe ich schon eine hilfe da gibt schon eine hilfe ja das wäre ein bisschen schön alte bierkästen ja die haben wir das mal gebraucht auch bei dem stück die waren auf dem kühlschrank oben drauf gelagert die gibt es ja in der form heute gar nicht mehr okay dann freue ich mich jetzt mal in ihr theater zu gehen ja und einfach mal das theater von innen anzuschauen ja und mal zu sehen wie viel man ist natürlich abhängig von einem guten bühnenmaler und wir hatten über 20 jahre in den begnadeten bühnenmaler ja es war eine eine homage an ihn in der süddeutschen zeitung zum 25. todestag von paul hummel die ganze leinwände die sie da hinten noch hängen sehen die waren stammen noch von ihm die nutzt man heute noch und das war einfach ein glücksfall aber den gibt es heute nicht oft ein glücksfall vielleicht vielleicht gibt es ja ein der das jetzt hört und sagt da hätte ich auch lust ja wir haben schon eine bühnenmaler das ist ein vielmohinger malermeister er hat sogar bei dem hummel gelernt und ist heute selbstständig und der macht uns jetzt die bühnenbilder okay jetzt gehen wir ins theater motiviert geht es weiter mit menschen in münchen präsentiert von der lesion akademie menschen in münchen mit jörg van hoven herr hölzel jetzt fragt man sich natürlich wo tritt das feldmochinger volkstheater auf also sie haben quasi sind ja wahrscheinlich auch immer auf der suche nach räumen in denen sie spielen können und jetzt stehen wir hier vor dem augustinum wie ist es dazu gekommen dass sie im augustinum spielen ja also es ging los wir hatten die ersten zehn jahre im gasthaus kaiser gespielt in feldmoching dann wurde der saal von der feueraufsichtsbehörde gesperrt dann war mein fahrsaal dann gab es auch einen neuen fahrer der hat einen neuen fahrsaal gebaut und hat den mehr selbst beansprucht und 1974 wurde dann das wohnstift augustinum erbaut und kurz nach der fertigstellung wurden wir gebeten zu einem gastspiel dann haben wir einmal hier gespielt und so schaut ihnen hat es gefallen die sitzreihen sind großzügig und gepolstert und wir haben dann zum teil im fahrsaal und zum teil im augustinum gespielt aber das augustinum wurde immer besser angenommen und das im fahrsaal hat sich aufgehört und somit ist es seit 1974 unser ständiger spielort wie kommen eigentlich ihre zuhörer ihr publikum mit dem bayerisch klar ja also die kommen die können alle bayerischen verstehen ist gut der ein oder andere ist dabei der tut sich bei dem ein oder anderen begriff schwer aber insgesamt kommen natürlich menschen die das bayerisch mögen und bayerisch auch gut verstehen sie hatten darauf schon mal einen protest erlebt ja habe ich auch mal erlebt es war die anfangszeit da kam eine heimbewohnerin und hat gefragt was wird hier gespielt an der abendkasse und hat die an der abendkasse gesagt ja feldmohinger volkstheater bayerische stück und hat sie gesagt sind das die die so richtig bayerisch sprechen und hat es gesagt ja ja freilich was sagt die sollten sich mal was schämen aber das war die zeit als bayern bayerisch noch nicht so in war wie jetzt also mindestens 20 jahre ja 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 na das würde glaube ich heute so keiner mehr sagen okay dann gucken wir mal rein und schauen uns ihr theater an herr holzl das ist mal ein theater hier das voll zu kriegen ist natürlich auch lass uns hier lang gehen das ist natürlich auch anspruchsvoll ja schon hat sie laufen mir weg was wie viel leute passen hier rein 350 ok und wie voll ist es wenn sie so mit ihrem volkstheater hier ja das mal haben wir kann man sagen sechs volle aufhörungen gehabt und welche reihen sind besonders beliebt ja besonders beliebt sind auch die mittleren reihen ab der fünften reihe steigt der fußboden und die mittelreihen sind sehr beliebt man hat einen schönen überblick ich sage immer ich bevorzuge auch die mitte aber viele wollen nach vorne viele wollen nach vorne natürlich im hören wir haben auch viele ältere zuschauer und da wird man hören natürlich immer schwieriger und deshalb wollen die lieber nach vorne ja wenn sie so auf dieser bühne stehen und ins publikum schauen und dann so ihre rolle spielen müssen haben sie da ein bisschen bauch kribbeln na eigentlich nicht ich meine das macht man schon so lang und wenn man da oben steht sieht man niemanden die scheinwerfer sind ziemlich stark die blenden auch etwas aber man sieht die zuschauer gar nicht wenn man da oben steht und von ihren jungen schauspielern was machen sie dann wenn da jemand plötzlich lampenfieber kriegt ja das hilft dem nichts er muss durch durch seine rolle da gibt es nichts wusste schon mal jemand auf die bühne stoßen nein sondern nicht der fall okay auf jeden fall ich glaube dass der eine oder andere theatermacher gerne in einem solchen theater spielen ja schon denn das ist ja wirklich was besonderes es gibt nicht viele amateur bühnen die so einen tollen saal haben ja bitte sehr danke was war denn ihre erste rolle die sie gespielt haben meine allererste rolle ja ja die allererste rolle war eigentlich in einem hirtenspiel der heilige josef bei der pfarrer jugend oder jetzt machen wir was ganz besonderes wir kehren dem publikum unseren rücken zu fernsehtechnisch also die erste rolle war im hirtenspiel der heilige josef aber das war kurz eine kleine rolle wir haben dann wird der pfarrer jugend jeweils ende des jahres ein abendfüllendes stück spielt ja und im frühjahr in den bunten abend also die rollen waren auch dann ganz bunt wenn man jetzt so viele jahre schon theater gemacht hat haben sie auch mal selber daran gedacht ein stück zu schreiben und zu inszenieren ich habe einmal einen einnagter geschrieben für die eingemeldung von feldmoching da gab es eine eingemeldungsfeier da habe ich eine gemeinderatssitzung geschrieben ein einnagter von einer halben stunde ja ein paar mal aufgeführt worden ist schon zuletzt bei der 40 400 jahre und ja aber ein großes stück habe ich noch nicht schön weil einfach die zeit fehlt hat während der arbeit war das nicht möglich da waren wir mit dem übrigen ausgelastet und jetzt bin ich auch ganz schön ausgelastet mit all den aufgaben die im ohr anfangen wenn einer keine vorstellung hat was was ein volkstheaterstück ist wie würden sie es beschreiben ja ein stück wo man eben den leuten ein bisserl auf den mund schaut was eigentlich leben wiedergegeben was so abläuft im leben im bayerischen leben hat das viel mit liebe auch zu tun ist kommt kommt liebe beziehung liebe beziehung kommt auch vor ist aber nicht das hauptthema bei den meisten stücken aber es kommt natürlich vor ist was sind die hauptthemen weil die hauptthemen sind einfach die grabenkämpfe die es zwischen den menschen gibt das sind eigentlich die hauptthemen oder spaß zwischen urlaubern einheimischen das sind so überwiegende themen oder bei der pfingst orgel geht es ja darum da bekriegen sich zwei ortschaften was ja oft der fall ist beim geisterbräu geht es einfach darum dass der bräu stirbt und da und der todengraber der möchte halt gerne freibier und kriegt wenig dann lasst es geistern fallen ja das sind jetzt so diese themen wie stark kann man sich darauf verlassen dass es bei ihnen ein happy end gibt zum schluss ja das gibt es eigentlich immer bis auf magdalena zum beispiel da gab es kein happy end das weiß man ja oder wir haben ein sehr interessantes stück gehabt die turmbacherin ein stück aus aus tirol da gibt es auch kein happy end aber das waren dann ernstere stücke aber bei den lustspielen oder bei den komedien gibt es fast immer happy end ja wenn sie jetzt so ein theaterstück anfangen aufzuführen was müssen sie im vorfeld alles alles beachten im vorfeld also gott mal die stück auswahl dann bevor die proben beginnen muss ich ja wissen wann wer wohin geht wo es sitzt wo er steht hier wird festgelegt schon im voraus vor der ersten lesestellprobe wie sich jeder bewegt und wir wo er sitzt und wo geht das müssen die sich auch vor allen dingen merken ja also in einem stück wo es da 20 schauspieler gibt da kann man schon ganz schön durcheinander kommen ja ja und man muss ja immer im voraus denken ich kann ja nicht nur die jetzige szene sondern es kommt ja weitere szene und die anlage in der jetzigen szene muss passen dass es für die nächste szene wieder zusammenpasst wenn ich den jetzt bei der nächsten szene an der ecke brauche dann muss ich den vorher in der vorhergehenden szene schauen dass ich den drüber spielen was irgendwie ja merken die sich das anhand ihrer texte oder oder woran wie merkt man sich wann man wo sein muss die stellprobe ist mit textbuch natürlich und mit bleistift in der hand und jeder macht sie dann auch seine notizen ich habe es in meinem heft schon fest drin alle und jeder einzelne macht sich dann noch seine notizen sonst würde es nicht funktionieren jetzt müssen sie uns mal von ihren pannenpech und pleiten erzählen welche haben sie wenn man so oft theater vorgeführt hat was was gibt es da alles pannenpech und pleiten ja gut es kommt einmal vor zum beispiel als wir vor 20 jahren den geisterbrei aufgeführt haben ist eine große holzplatte umgefallen und jemand ins kreiz gefallen das ist eine panne und er wurde gott sei dank nicht größer beschädigt aber ansonsten schauspieler ärgern pech und pannen eigentlich wir hatten in all den jahren muss die eine aufführung ausfallen weil jemand am mittag rum einen dicken zahn gekriegt hat und angeschwollen im backen so dass er nicht mehr sprechen konnte das war einmal in diesen fast 60 jahren das ist ja toll dass das zeigt ja dass die schauspieler also sie hundertprozentig hinter ihnen dann auch stehen ja sicher und es ist auch jeder motiviert natürlich und so kleinere krankheiten die werden einfach weggespielt dann weil man weiß man muss auf die bühne und das geht gar nicht anders müssen wir auf die einnahmen angewiesen und da macht halt auch jeder mit ja aber mal das gefühl gehabt alles hinzuschmeißen und zu sagen das war es jetzt wann ist ihnen das das letzte mal passiert ja so einfach kann man das nicht sagen denn man weiß ja was dranhängt und man hat ja dann wenn man vorsitzender ist auch eine verantwortung und alles hinschmeißen geht nicht so leicht man hat seine zahlungsverpflichtungen sie haben gesehen wir haben einen großen binnen einstellraum dies muss alles finanziert werden und da kann man nicht von heute auf morgen sagen schluss jetzt gehe ich mache es weiter wie es willst dann kommt schon natürlich ja das zum tragen dass man als vorstand eben schauen muss dass weitergeht waren sie schon mal an dem punkt wo sie wo es wo es finanziell sich einfach nicht gerechnet hat wo sie gesagt auch überlegt haben ob sie weitermachen sollen weil weil es eben finanziell auch so schwierig ist ja es die zuschauer eingebrochen sind dann musste man natürlich sich schon fragen wie geht es weiter und dann musste man einfach gewisse sparmaßnahmen entfernen da haben halt einfach an verschiedenen ecken und enden sparen müssen damit es wieder läuft ja gibt es vorbilder wo sie wo sie sich daran orientieren können an anderen volkstheater bühnen vorbilder also schauspielerisch vorbilder dass eben truppen gibt wie zum beispiel die freisinger laien spielgemeinschaft die wird aber auch von der stadt finanziert alle ausgaben werden von der stadt finanziert und die einnahmen fließen irgendwo auch da rein aber sie können natürlich was die ausstattung anbelangt in die vollen gehen haben sie mal in feldmoching sich umgehört ob hier vielleicht was städtisches möglich ist finanziell gut wir haben jetzt bei diesem stück zum beispiel haben wir in den zuschuss gekriegt weil es eine ausnahme war weil man die blaskepille angeschürt hatten da waren die kosten höher da haben wir vom bezirksausschuss in den zuschuss gekriegt aber da muss man dann immer sich bewerben und muss man antrag stellen muss dann ein voraus festlegen für was man das geld ausgibt hinterher muss man es dann begründen es macht alles arbeit was sind denn jetzt so ihre ihre nächsten stücke die sie in planung haben was möchten sie denn jetzt als als nächstes ja also im frühjahr ist jetzt schon klar in der woche nach ostern geht es wieder los und da spielen wir eine komödie der könig von hohen moos heißt es das hat der bernd helfricht geschrieben ist eine komödie wie gesagt spielt im oberbayerischen und die rollen werden nächste woche verteilt und müssen sie dann auch etwas dafür bezahlen dass sie die stücke auffüllen ja ja das sind aufführungsrechte zehn prozent von den bruttoeinnahmen kriegt der verlag mehrwertsteuer bloß dazu bloß 3,5 prozent künstlersozialbeiträge müssen auch abgeführt werden gehen sie denn auch in andere theater und 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 schauen was 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 andere volkstheater machen ja schon ja mache ich schon damit man einfach sozusagen up to date auch bleibt oder oder muss man das gar nicht bei den volks beim volkstheater und es ist immer gut wie man sich orientiert und wenn man sich was anschaut und es ist ja so jedes stück die sich sehe die sind und ich kenne noch nicht gelesen habe kann ich muss lesen ersparen weil ich es gesehen habe auf einer anderen bühne da und das stück stück lesen mit hinterfragen kann ich besetzen und spielen ist es doch ein aufwand von circa vier stunden ja und bis man stück findet ist dann passt für die zuschauerzahl dann sind es schon oft mindestens zehn die man liest wie groß ist denn überhaupt der pool dieser dieser geschichten also das werden sie sich ja wahrscheinlich auch schon mal überlegt haben wie viele volkstheater stücke gibt es eigentlich das ist unendlich weil es gibt so viele verlage und wir schauen nicht nur in bayern wir schauen auch nach österreich gibt österreichische verlage und das ist eigentlich schon grenzenlos naja das ist ja schon mal gut ja das ist schon mal gut ja aber die zeit hat man gar nicht dass man so viele liest gibt es auch neue stücke die geschrieben werden ja ja es gibt immer wieder neue stücke aber viele treffen nicht mehr den humor so denen eben die alten stücke noch beinhalten können sie den 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 humor noch 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 beschreiben ja das ist einfach ein sag mehr mutterwitz der da drin steckt ist wie man es wie man es bezeichnet hat der bei den jungen schreibern nicht mehr so rüberkommt ja diese dieser dieser witz muss ja dann auch auf der bühne funktionieren ja das stellen sie auch manchmal fest dass dass sie da was geprobt haben und dann ist der der saal leise keiner lacht ja wenn man richtig setzt dann ist es nicht der fall aber das publikum ist natürlich unterschiedlich die einen reagieren stark die anderen weniger stark die anderen reagieren wieder auf stelle wurde das vorigehen die publikum gar nicht reagiert hat das spielt auch nicht spielt darauf mit wer sitzt im zuschauerraum sind ein paar drin die das mitreißen publikum ist oft sehr wichtig ja darum haben wir die großen bühnen ihre vorglatsche drin sitzen was wir leider nicht haben wir sind davon abhängig dass das zuschauer von selber kommen ja merken sie manchmal wenn es wenn es losgeht dass also da leute im publikum sitzen wo das alles dann nicht so funktioniert ja manchmal sagt heute geht's zack und auf einmal sind sie aber dann besser da und was wir auch schon gehabt haben dass während stück selber haben wir die stimmung ein bisschen vermisst aber der schluss applaus war dermaßen kräftig dass wir gesagt haben die haben das einfach besser genossen und haben gesagt am schluss gehen wir den applaus den großen ja das ist natürlich auch das können sie natürlich auch als schauspieler so ein bisschen ich sage mal beeinflussen wie stark der der schluss applaus ist denn ich frage mich manchmal wenn ich im theater sitze dann kommen die schauspieler zwei drei vier fünfmal hintereinander und das publikum fühlt sich dann auch teilweise verpflichtet zu zukunft zu klatschen wie oft machen sie das rauszukommen um den applaus noch mal empfinden zu können meinen sie jetzt zum schluss beim schluss applaus oder beim schluss applaus beim schluss applaus ja das ist abhängig der vorhangmann kriegt von mir zeichen der waren aufhören zu mit auf und zu machen weil es jetzt reicht ja das ist unterschiedlich natürlich und und woran machen sie das fest wie oft er den vorhang auf und zu machen soll wird das publikum regiert wenn ich merke es lässt jetzt nach und sie haben schon unwahrscheinlich viel applaudiert es reicht jetzt man sich nicht überspannen dann kommt der blick jetzt macht man zu und sie schaffen es immer ausverkauft zu sein hier im theater ja fast immer es gibt man jetzt das was wir jetzt im herbst gemacht haben durch mein 50 jähriges jubiläum und durch das große stück und der großen mitwirkung war es natürlich gut besucht und war kann man sagen immer voll anders mal kommt es natürlich schon vor dass zwischendrin mal die 16 17 rei frei ist wie gehen sie mit schlechten kritiken um wir werden eigentlich nicht sonderlich kritisiert wir beziehen eigentlich mehr einzelkritik was der eine oder andere sagt was er erzählt was seine zuschauer gesagt haben und so denn die zeitungen die großen die kommen zu uns nicht mehr zum kritisieren das war bis mitte der 80er jahre anfang der 90er jahre war das der fall dass der mündener merker gekommen ist und hat darüber geschrieben dass die süddeutsche kommen ist aber das machen die jetzt nicht mehr und wenn so einzelkritiken wenn sie sich die anhören inwieweit können sie das annehmen oder oder auch dann für die nächste aufführung umsetzen ja das ist immer mit vorsicht zu genießen denn die menschen sind unterschiedlich und irgendwie wenn man das so lange macht weiß man eigentlich selber was gut war nicht so gut war was besser sein hätte können also man ist dann auch nicht von der einzelkritik unbedingt abhängig aber von mir hören sie überhaupt keine kritik weil ich das toll finde wenn sich jemand so engagiert wie sie das tun und die menschen so begeistern kann das ist wirklich eine tolle geschichte und an der stelle kann ich ihnen auch nur wünschen dass es weiter viel publikum für sie gibt und dass die einnahmen dadurch sprudeln und das noch ordentlich lange weiter machen ja hoffen wir mal schauen wir mal dass die gesundheit mitspielt ich wünsche dazu alles gute vielen dank für das geschehen dank für das interview jetzt versuch vorzuvertragen ist ein solo vortrag geschrieben von ludwig thoma uraufgeführt 1917 beim jagerbau in tegernsee und zwar handelt es um ein hirrangel von pelkamm den hirrangel von pelkamm habt ihr nicht kennt der hat eine schöne zahe hinterhalb das dach drin den hat einmal seine gnaden der regierungsrat zum essen eingeladen erstens weil er bürgermeister war und noch überhaupt ein rechter brauchbarer mo also in gottes namen so muss er halt bei ihm die einladung auch gar nicht recht gefällt was willst machen es muss halt sein aber unterwegs da gehört er ein in jedem wirtshaus es sind gerade vier er isst ein granzwürst und trinkt ein bier es ist gerade zwängster unterlag weil er keinen hunger nicht leiden mag beim regierungsrat wenn ich mit leid sagen werde nicht viel und nichts gescheites auftragen also trinkt er ein masser zwei und frisst einen kass für den zirgelstau beim schimmier masser drei und auch beim zirgler gehört er wieder rein stockwürst weißwürst und gseichte wirst und wieder ein bier dass er nicht tirscht die wirst waren alt und das bier hübsch neu zuerst einmal hat er sich nichts denkt dabei aber danach und später da hat er schon gemerkt beim regierungsrat die wirst haben sich gesetzt und der kass hat ihn gedruckt sagra wo er sich bloß nicht bucht rechtser pfarrer ja da legst du nieder linkser pfarrer und im soll die ganzen red und ein hier angel hat was gedruckt das war menschen in münchen mit jörg van hoven menschen in münchen wurde ihnen präsentiert von der legend akademie das war menschen in münchen wurde ihnen präsentiert von der in münchen